Hi Leute, hier ist wieder euer Hacks & Tricken und heute zeige ich euch ein kleines Minecraft Let's Play. Das nächste Video wird über einen Tubename machen, Teil 2 handeln. Und heute spielt man jetzt in Greatest Modus Online Survival. Und ich bin gespannt, wie die Runde so ausgehen wird. Also viel Spaß mit zugucken. Es kann sein, dass ich bei manchen Teilen einen Cut reinmache, damit es jetzt nicht so lange dauert. Aber ich hoffe, dass das nicht oft machen muss. Okay, die Mord ist jetzt ein bisschen zu groß, aber die kann man ja ändern. Äh, ja, wo das geht. So, das ist jetzt ein bisschen zu groß. 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 Hup. Achso, hier. Oh, hier. Gut! Na ne, da ist schon, glaub ich, ein Baum oder? Ich hab das nen Baum. Ich falle kaum. Ich brauche nicht mehr. So. Also, jetzt hab ich schon drei. Wow, viel! Also, ähm, ich wollte einfach so sagen, ihr könnt euch schon mal freuen über das nächste Video. Denn wie schon gesagt, ich mach jetzt zwei Videos. Ich hab jetzt alles auf einmal gemacht, weil ich bemerkt habe, dass da viel zu viel ist auf einmal. Und, ähm, ja, weil ich das Essen einfach ohne Ton gemacht habe. Weil ich dafür aber den nächsten mit Ton machen. Ja, und ich kann wirklich schon mal darüber freuen, falls ihr weiter sagt, wer das plays wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und jetzt fang ich mal an zu craften. Und falls ihr mal wieder ein paar Sheets wollt, weil ich so lange keinen mehr gemacht hab, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde euch, ähm, dann auch, das werde ich mir verantworten. Ja, und, ähm, und, ähm, ich bin jetzt schon dabei zu kräften. Und, hey, was ist denn hier? Was ist denn hier? Genau. So. 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 So, ähm, ich mach mal das ganze Paar Holz. Weil ich auch nur gerade eine Schaufe habe. Und jetzt machen wir mal eine Schaufel. Eine Axt. Eine Schaufel. Eine Truhe. Jetzt vergessen. Vergessen. So, um. Haben wir alles mit der Hedflugge? Ja. Ja, um. Und die Axt. Also. So. Und. Um. 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 und in der Finger und und jetzt ist es noch dann und geht weiter und dann das und Das ist einer. Dann, ich hoffe, das ist ne Melone. Ich bin meine Susser. Ja! Und, um, ich würde, um, würde auch so gut machen wie, um, dass, ähm, das wilde Ball in den Nachdenkirchen ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.